Hallo Freunde von Woloforships und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo, dem dritten in Bunde der neuen Schiffe, die Wargaming rausgebracht hat. Die Edgar, ein super Schiff, wie ihr schon im Hintergrund seht, ein britisches, quasi das, Stufe 11 Schiff. Die Minotaur Plus, wie sie auch Wargaming angibt, laut Wargaming eine Evolution der Minotaur-Klasse Kreuzer. In den 1950er und 60er, welche noch mehr Feuerkraft bietet, also noch ein weiteres Geschütz. Ja, es wird dann noch über die Namenswahl schwadroniert, das ist der Grossteil tatsächlich, der hier noch angesagt wird. Der wichtige Teil ist höhere Torpedoreichweide, mehr Kanonen und dann natürlich die Stats. Denn, wenn wir uns die Stats einmal ansehen, rechts oben eingeblendet, wie immer, haben wir 49.900 Trefferpunkte. Das sind 6.000 mehr, als eine normale Minotaur hat. Wie gesagt, eine Minotaur Plus. Die Panzerung ist mit 16 Millimeter, es ist immer nur Bug und Heck angegeben hier, dass man eine ungefähre Einordnung bekommt von der Effektivität der Panzerung, unter Anführungszeichen natürlich. Denn es ist ausschlaggebend, wie die Panzerung schlussendlich angeordnet ist und wo es vielleicht Spezialpanzerung gibt, die man zuerst nicht sieht oder man nur vermutet. Deswegen kann man nur vermuten, das ist auch das, was ich hier mache, dass wir ein relativ identisches Panzerungsbild von der Minotaur übernommen auf die Edgar bekommen. Also hohe Zitarelle, leicht gepanzert, vorne Overpen oder Overmatch ab 240 Millimeter AP und generell ein Kreuzer, der sich nicht offen blicken lassen sollte oder nicht oft blicken lassen sollte. Wie vom Wargaming schon angekündigt, haben wir anstelle von 5x252 Millimeter, die 6x252 Millimeter, eine Kanone mehr, mit einer erhöhten Reichweite anstelle von 15,76, also 15,8 Kilometer, haben wir hier 16,5 Kilometer der höheren Stufe geschuldet. Wie gesagt, Minotaur Plus. Die AP-Granate an und für sich ist ident, zumindest was die Pen, also nicht die Pen, was die Maximumschaden 3200 und die Mündungsgeschwindigkeit 788 Meter pro Sekunde betrifft. Deshalb inklusive mit dem Reload von 3,2 Sekunden, der identisch ist, auch die Turmdrehzeit von 4,7 Sekunden ist identisch, die Streuung ist identisch, aufgerechnet auf die paar hundert Meter mehr und auch das Sigma ist identisch. Gehe ich davon aus, dass wir auch die identische Granate benutzen, das bedeutet, wir haben die gute britische AP der Kreuzer mit einem Ricochet von 60 bis 75 Grad, eine Fuse-Time, also der Zündzeit von 0,005 Sekunden und der verbesserten Penetration. Viele wissen das nicht, aber die britischen Kreuzer haben weitaus bessere Penetration als vergleichbare AP anderer Nationen. Bei Kreuzern, mit gleichem Kaliber natürlich, darf man nie vergessen. Das behalten wir uns im Hinterkopf aufgrund der Spezialmöglichkeit, die wir dann hier haben. Torpedos. Wir haben die identischen Torpedos. Also auch die 4x4, 533, die 16.767, das ist ident. Die 12 Kilometer Speed, die sind 2 Kilometer länger. Die 62 Knoten sind wieder ident. Und die Nachleitzeit mit 96 Sekunden ist ebenfalls ident. Wie gesagt, 2 Kilometer mehr Reichweite. So, wir können hier anstelle von wide and narrow, also breiten und schmalen, können wir hier individuell Torpedos abschießen oder den gesamten Launcher auf einmal abfeuern. Das ist nichts Spezielles hier für das Superschiff, das können alle britischen Schiffe. Falls ihr euch fragt, warum ich das so noch einmal explizit sage, das liegt daran, dass auch viele Anfänger das Spiel spielen. Und bei dem umfangreichen Ausbau aller Nationen und Klassen etc. sind Anfänger zu Beginn wahrscheinlich nicht so familiär mit den unterschiedlichen Schiffen und den Nationeneigenheiten. Deswegen erwähne ich das dann, für alle jene, die nicht schon 7 Jahre dabei sind, noch einmal extra. Die Sekundärartillerie, ja, ich glaube, die, ja, nein. Aber die Anti-Air, ne? Anti-Air soll verbessert worden sein, laut Wargaming. Wir haben hier Mid- und Long-Range. Die Mid-Range ist 560 TPS, 20 Damage per Seconds, und die Long-Range 154 auf 7 Salben für 1.890. Wir haben hier eine Salbe, also eine Bubble mehr, innere und äußere Explosion als bei der Minotaur. Wir haben bei der Minotaur drei Bereiche, die abgedeckt werden, aber hier nur zwei. Der äußere ist bei der Minotaur 133, die Medium 507 und der Nahbereich 119. Ihr seht aber, es ist verbessert worden, aber der Nahbereich fehlt. Immer in Erinnerung behalten, das ist alles noch Work in Progress. Das kann durchaus noch verändert und angepasst werden. Wir haben hier 6,9 Kilometer Reichweite, der Max, also der Long-Range, das ist immens. Das haben wir auch bei der Minotaur. Wir haben 34 Knoten Geschwindigkeit, das ist 0,5 Geschwindigkeit mehr. Wir haben 730 Meter Wendekreisradius einer Ruderstellzeit von 11,3. Was relativ interessant ist mit einer Aufteilung von 12,1, weil wir haben ein Schiff, das schneller ist als eine Minotaur, aber gleichzeitig einen geringeren Wendekreisradius hat. Vielleicht kennt ihr den Spruch, den man beim Segeln immer sagt, Länge ist schnell, Länge segelt gut oder liegt gut im Wasser. Das bedeutet, wenn ein Schiff lang ist, dann hat es meist, natürlich, wenn es ein Motorschiff ist, von der Motorisierung ab, aber allein durch den Rumpf fährt es schneller, macht es mehr Knoten in der Theorie. Es ist von vielen Faktoren abhängig, von Rumpfform, von Strömungslinien usw. Aber pauschalisiert, zum Beispiel bei Segelbooten, macht man Länge fährt gut. Heisst es einfach. Ein Schiff, das kürzer ist, bei gleichen Windgeschwindigkeiten und gleicher Segelfläche und gleichem Rumpf fährt, weniger schnell als eines, das länger ist. Wir können davon ausgehen, dass aufgrund der höheren Geschwindigkeit, nicht einzig und allein davon, aber aufgrund der einen Kanone mehr, das Schiff ein bisschen länger ist, dadurch trotzdem einen kürzeren oder einen kleineren Wendekreisradius hat, was interessant ist, aber bei der Ruderstellzeit wieder mit 11,3 Sekunden länger braucht. Gut, das Ruder, das ist davon unabhängig, aber normalerweise sind größere Schiffe mit einem höheren Wendekreisradius. Ja, die Aufdeckungsreichweite von 12,1, das ist 900 Meter höher als die Standardminotar. Das kann davon abhängen, ob das Schiff höher ist, aber meistens ist es auch einfach größer. Also es ist halt interessant. Da würde ich nur einmal anmerken, dass ein Schiff weniger Wendekreis hat. Ich dachte, das ist ein Seitenstrahl-Ruder. Naja, keine Ahnung. Ein Slot, Damage Control Party, Specialized Repair Teams. Das ist vielleicht noch eine Frage, die sich stellt, aber ich gehe davon aus, dass Wargaming mit der Einführung der Edgar vielleicht auch die Ding abändert. Ihr wisst, die Minotar hat 2% Heal, 0,5% ist Standard. Ich weiss gar nicht, ob das im normalen Spiel jetzt schon so drin ist, aber es könnte sein, dass es einfach umbenannt wird. Und dass hier auch ein 2% Heal ist. Wieder akustische Suche auf dem dritten Slot. Standard, wir gehen davon aus, dass der Standard Briten ist, mit 5 Kilometer auf Schiffe, 3,5 auf Torpedos. Und wir haben dann die Möglichkeit, Radar und Smoke Generator gleichzeitig zu listen. Unter dem Strich, das Radar wird, sollte 10 Kilometer sein, der Smoke Generator sollte der britische Smoke Generator sein. Hier wird tatsächlich nicht noch einmal extra angemerkt, was das für eine F-Fähigkeit hat, das Schiff. Es wird oben gesagt, es gibt einen anderen Feuermodus, also einen alternativen Feuermodus, was der Edgar erlaubt, mehrere Schüsse, also Vollsalben, in kurzer Abfolge abzufeuern, die eine höhere Penetration und höheren Damage haben, als die normal Abgefeuerten. Das ist quasi die F-Fähigkeit. Vielleicht kennt ihr die Zorki, die hat so etwas Ähnliches. Könnt ihr euch entscheiden, ob das für euch vielleicht brauchbar ist. Alles in allem, die Minotaur ist ein grandioses Schiff, die Edgar ist eine Minotaur Plus, Kanone mehr und so weiter, also hohes Schadenspotenzial. Könnte ein durchaus interessantes Schiff werden. Die Frage ist natürlich, wie lange werden wir die Super-Schiffe noch haben. Man kann sie auch SS nennen, was vielleicht nicht so eine geile Abkürzung ist, aber Wargaming hat anscheinend nicht darauf gedacht. Das sind SS-Schips. Super-Schips. Wobei, eigentlich ist es ja egal. Ich hätte sie einfach Stufe 11 genannt. Darf wollte ich eigentlich hinaus. Oder Starships. Super-Starships. Nein, Stufe 11-Schiffe. Wargaming schränkt sich meiner Meinung nach hier zu extrem ein. Mit diesen Super-Schiffen als letzte mögliche Ausbaustufe. Warum nicht feiner differenzieren? Das Balancing ein bisschen besser gestalten und ein bisschen besser unterteilen. Und Stufe 11 und Stufe 12 Schiffe langsam aber sicher einzuführen, um die ganzen Projekte, die wir hier reinkriegen. Und die natürlich wenig mit historischen Schiffen zu tun haben. Was auch nicht wichtig ist. Es ist nur ein bisschen befremdlich, wenn man mit einer Yamato dann gegen einen Supersternzerstörer antritt, der eigentlich in der Theorie auch Raketenbewaffnung und Marschflugkörper gehabt hätte. Andere Technologie an Bord und so weiter und so fort. Und alleine dadurch verbaut sich Wargaming die Möglichkeit, später dann solche Schiffe zu bringen, die es dann auch tatsächlich gab. Und man halt anstelle von Schlachtschiffen dann auf Stufe 12 vielleicht nur noch Zerstörer und Fregatten hat. Und dort dann, ja gut, hat es früher auch gegeben, mehr Flugzeugträger, dafür starker Antier, alles. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Da wollte ich nicht zu viel hier ausführen, sondern wir konzentrieren uns auf die Edgar. Ein Schiff, das die Linien schliesst, die Superschiffe kompletiert, dementsprechend ist notwendig. Ist einfach notwendig. Früher oder später wird jedes Land ein Schlachtschiff, ein Kreuzer, ein DD haben und ein super Flugzeugträger. Und ein Super-Board wahrscheinlich auf. Auch I-400. Bin gespannt. Go Japan! Wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht, im nächsten Infovideo. Ciao. Bis zum nächsten Mal.